und herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong 64 ja wir sind in diesem Raum drinnen das Problem ist ich kann diese Münze nicht holen zwar es gibt nur eine zweite Münze aber die bekomme ich nicht also habe ich mich informiert wie komme ich da rein und es gibt einen kleinen Trick man muss sich an so ein Computerrand stellen ist man hier fast schon drinnen ist leider so gewesen also ich habe ja nachgeguckt 15 Metal ist ja ganze Zeit rumgemeckert da brauchst du noch so eine Nintendo Münze da musste ich in die Fabrik wieder reingehen und dieses Donkey Kong Arcadian spielen das habe ich auch gemacht habe dann auch nach dem zweiten Durchgang kriegt man halt eine Münze erstmal muss man viermal durchgehen um Peach zu retten und dann muss man diese Spiele nochmal viermal machen das hat jetzt drei Stunden gedauert und habe diese Münze gehabt und dann sagt er mir immer noch you get 15 Banana Metals to Crankies surprise und das war für eine Message habe ich gedacht so okay hast du beides kannst du immer noch nicht rein wenn man hier nochmal rangeht jetzt sagt er das hmm didn't cranky say would show something special for 15 Banana Metals so habe ich natürlich gemacht ging natürlich nicht also habe ich gesagt okay was ist so einfacher haben wir es hinter uns so dann save und exten das Level da kommen nämlich schnell raus und ich glaube jetzt wird die Befreiung vom von dem ein Kroko besiegelt und ich glaube dann ist der letzte Fight ich will mal hoffen dass es noch ein Fight gibt aber ich glaube auch schon sonst würde er nicht da stehen oder er ja ich glaube dass er für uns was ausdrückt ich glaube er ist froh wenn er befreit ist nee ich glaube wenn er befreit ist dann ist es noch nicht Feierabend kommt noch eine schöne Überraschung mit dem Kroo 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 das ist genau das ist Kanone zum Ding ich hätte doch zu Ihnen so schön können und eins nehmen können so letzte letzte Schloss mein Freund ohne noch kein Boss Fight betätigt zu haben ich glaube da kommt noch einer er freut sich riesig natürlich würde ich mich auch freunden nie eine Kroko DA eine Kroko Drohne typisch Was macht die Was macht die Kroko Drohne Okay eine Piratenpfalke ist das den kleiner weiss ich gar nicht ein bisschen klein aus ne Oh ich scharrte mich jetzt das allergrößt zu sein aber was macht es Kiel ist relativ was macht es und was will es von uns die Zeichen das ist unser Freund das ist unser Freund Hä? Da stehe ich jetzt nicht ganz. Hallo! Fängt der die, oder? Läuft ja der andersrum? Oh, Stein! Oh nein! Dron hat aber wohl mitgekriegt. Und sie ist kapiert. Aber das war's doch nicht, oder? War's das schon? Nee, da kommt noch was. Da kommt noch was. Ich nehme mal gleich, äh, Chunky mit. Weil da war ja so ein Stein. Ja. Ja. Naja, du glaubst du. Sicherlich. Ich hab' Fußes Ding abgestürzt. Da, da, das Biber in dein Gesicht. Was ist noch ein Biber? Oh, guck mal. Oh, das Ding ist doch größer. Ich dachte, das... Okay, das ist bei drei. Können wir irgendwas hier drauf machen? Ah, wir können hier reingehen, okay. Aber ich bin vorher noch von dem Stein. Oder ist der weg? Okay. Okay, der Stein ist jetzt weg. Okay, dann ist da das letzte, glaub ich. Ach, ich dachte, das wär jetzt nicht so... so riesen groß gewesen, aber ist doch... wenn man genau hinguckt. gut. Echt ein riesen Ding. Na gut. Dann jumpen wir mal da rein. Ich hoffe mal der letzte Fight kommt. Hallöchen. Okay. Okay. Nice. So, da ist er schon blablabla, 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 okay. Dat Narrortner Die Krogen Familie Vers Chinese Venus Versus Keние Was könnt ihr für was das K steht? Ich weiß nicht was ihr machen müsst. Was ist doch besser? Hm. Na, oh, ich würd nicht, wo das jetzt... Ich dachte, es wäre jetzt woanders drin. Oh Gott! Okay, wir müssen auf jeden Fall gegen ihn kämpfen, aber... Die Jungs, die gucken auch gar nicht hin. Ich glaube, das wird ein unfairer Fight hier. Kronki! Kronk! King! Wow! Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Ach, du bist so nix, ja? Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Oh! 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 Und dein Gesicht! in deinem gesicht nein Nein, der hat sich... Doch, der feiert sich. Der ist aber fies, ey. Nein! Oh, das ist natürlich... Das geht natürlich auch Zeit hier. Das ist natürlich heavy. Heavy rain! Okay. So ist das, ne? Oh, das gibt's nicht... Indie-Phrase. With this! Alter, die beiden sind so geil! Wir haben Schaden, wir haben Schaden. Habe ich jetzt verloren? Bestimmt, ne? Ja... Jo... Und Cranky... Aaaaah! Okay, wir wissen auf jeden Fall, was wir machen müssen. Vorher zu? Okay. Wir sind gleich schon mal am ersten dran. Hier hast du es. Aber ich weiß ja, wie es jetzt funktioniert. So, ich weiß ja, wie es jetzt funktioniert. Das ist gar nicht so... Schlitten! Ach so, aber mal am ersten Mal. Und bei denen danach was. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay. Und dann muss ich auch. Die kann. Oh... Oh. Oh, ich weiß nicht. Ich hab dich das Gefühl. Oh, das ist schön. Oh, das fällt mir so stark. Oh, das fällt mir. Oh wo! Oh! Oh... Nein. Nein. Wenn er nach dem ersten Schrein schon wieder runter zieht, ist es auf jeden Fall nicht. Nein. Oh, wie viel will er denn noch machen? Da muss ich genau abpassen. Hey. Klasse, das Game gerade. Das Schlimme ist, es ist einfach nur Zeitaufwand. Weißt du, das Fass geht die ganze Zeit hoch und runter. Und abpassen kann ich es auch nicht, weil ich ja gar nicht weiß, wie lange die Zeit... Zeit läuft ab. Keine Ahnung. Echt weird. Echt weird. Na gut, ich mache mal eine kurze Pause und wir sehen uns gleich direkt weiter. Ciao.